Zur Segnung aufstehen. Unser Hilf ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast die Welt erschaffen und alles wunderbar geordnet. Die Elemente stehen in deinem Dienst und erhalten den Menschen am Leben. Das Feuer spendet uns Wärme und Licht. Es schmilzt das Herz und läutet das Gold. Es kann auch zur Gefahr werden für Mensch und Tier, für Hab und Gut. Wir bitten dich, segne dieses neue Feuerwehrfahrzeug, das wir heute in Dienst stellen. In der Gefahrtage ist dazu bei, die zerstörerische Macht, Gewalt des Feuers zu brechen, Unglück und Naturkatastrophen abzuwehren und Menschen in Not zur Hilfe zu kommen. Schütze alle, die sich, die hier ihren Dienst tun, die hier die Ausraten haben, die Einsätze. Und lasst die Feuerwehrleute bei ihrem Dienst auch unversehrt bleiben und zum Wohle der Menschen in Not dienen. Bewahr uns vor Schaden und mach uns alle bereit zu aufrichtiger Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, zur gegenseitiger Hilfeleistung und zum Dienst am Nächsten, wie der heilige Florian es zeigt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.